Ich habe mich rausgeschmissen. Alle wollen es mir hier wie André. Und ich habe so eine kleine Kamera und der kommt da mit so einem Terminator. Da lasse ich mal jetzt hier an Bappo raushängen. 30.000, ey. Ist er live? Ja, er ist los. Die Kinder sind ein Tool, ein Werkzeug, um euch zu verarschen. Vietnam, komplett krank. Ich bin jetzt hier nochmal bei der Walking Street. Jetzt ist es spät, jetzt haben wir irgendwas mit Neuem. Jetzt hat sich das Meer gefüllt. Und da laufe ich einfach mal durch. Das wahre Partyleben hier von Saigon. Das ist wohl die beliebteste Straße hier. Mit Party. Aber eigentlich will ich nur meine Hose abholen. Ich habe die nämlich hier abgegeben. Nein, doch. Ich habe hier nämlich noch eine Näherin gefunden. Happy Hour, my friend. Happy Hour? Okay, maybe later. Maybe later. Saigon, how much is this from here? Yoga. Later, later, later. I have to pick up my pants. I have pants. Sure. No, fuck the bullshit, ey. Yeah, yeah, yeah. Why not? Huh? How much? How much is from here, huh? Three beer for 100. Yeah. What the fuck? What the fuck? Five, two, eight. Oh, no. Three beer for 100. Okay, later. But I have my pants. I have pants. Repairs, repairs, you know. Mama. Saigon, chill. Okay. It's already going. Welcome to your YouTube channel. Please subscribe and click the like. Thank you. Oh, now it's going on. Hey, I have to just find the place where I got my pants. I don't know where that was. Ah, that's the entrance. All right, I'm from the other side. Oh my God. I have to see you in the top. Whoa! I'm from the top. I'm from the top of my car. I'm from the top. How many cars are your seats? How many cars are your seats? Oh my God. Oh my God. Yeah. Hopla! Musik Musik Ich glaube, gegen Später geht es noch mehr ab. Gegen zehn, hä? Von mir. Von mir. Ja, later, later. I come back. Ja, okay, okay. Alle wollen es mir hier bier andreben. Aber ganz angenehme Musik, die mag ich. Ja? Ja? Ja. Ja, 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 ja. Ich sage immer später, später, jeder, so viel Bier kann ich ja gar nicht trinken, dann liege ich auch noch am Tisch. Ich sage immer, jetzt, dass die wir immer, jetzt geht es zu Die wollen immer, dass ich hier esse, ja? Verdammt, ich finde den Store nicht mehr. Was geht jetzt? Irgendwie Rettungsanitäter oder so, keine Ahnung. Ich habe mein Store verloren. Ist nicht da. Ich bin es noch nicht mehr. Ich bin noch nicht mehr. Ich bin noch nicht mehr. Ich bin noch nicht mehr. Spannend sind Sie ist offen? Seikonjalu, seikonjalu, chai die Frau. Okay, hier scheint es zu Ende zu sein. Jetzt gehe ich mal zurück und ich trinke auf jeden Fall ein Bier. Aber ich muss noch mal herkommen, verdammt. Meine blöde Hose finden. Er hat gesagt, die ist heute da um die Uhrzeit. Ich kann halt saufen. Saufen! Wie ist das? Wie ist das? Eine andere Sache? Eine? Eine? Eine. Eine? No happy hour. No happy hour. No happy hour. No happy hour. Why? Again? How much? No happy hour. No happy hour. The bringer of evil. The devil is never a maker. ... So much? How much is one beer? 20.000? Two beers. Another one, this one, again. 20.000? It's big. Okay, one. Now he touched me. Okay, here? 20.000? It's about 80 cents, 90 cents. And this is... 450 ml. Wow. That's good, right? That's awesome. I forgot a tip. That's good. That's good. Before you drink, make it clean with a towel. Because it tastes like production. It tastes like ice taste. Now he brought more serviettes. It was like a fight to say paper, serviettes, whatever. They don't understand it. No matter what. Make it clean. It doesn't sound like it. It's a hot water. So he is full of water. And he is full of water. He is full of water. He is full of water. All the way, he is full of water. Hey! Tup, tup, tup! Ja, Moment! Hier, Big YouTuber! Mit Namen! Two YouTuber! Reißte mich hier! Oh mein Gott! Und ich hab so ne kleine Kamera und der kommt damit zum Terminator. Aber man merkt, es wird voller jetzt. Auf jeden Fall hier! Wo die Hotsche Gasse. Ei, ei, ei! Aber man merkt, es wird voller jetzt, ja? Was ist das? 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 Ja, Burger! Was ist das? Was ist das? Nein! Ja, ich weiß nicht. Er versteht mich wieder nicht. Ja, okay. How much? 30. So station, 30! 30,000 freibier ich jetzt mal, okay. Ok, Bon! Nein. Nein. Kompli, Kompli? Kompli, ich ab. Kompli. Ah, ja, okay! Wann? Ja, ich probiere das jetzt mal. Ich weiß zwar nicht genau, was ich da jetzt kriege, aber für 40.000 unter 2 Euro kann ich jetzt glaube ich nicht viel falsch machen. Das ist eine gute Grundlage für das Bier. Schön fettig. Ja, perfekt. Professionell. Wow. Hier. No Plastik? Ja, ja, hier. Ja, hier, hier. So, jetzt habe ich es. Und natürlich wieder die beliebten Kinderstühle hier. Jetzt gucken wir mal, was er hier gezaubert hat. Sieht gar nicht so schlecht aus eigentlich. Was da halt genau drin ist, hinterfragt man halt lieber nicht. Es schmeckt nicht schlecht. Endlich mal was gescheites in Anführungsstrichen. Ich kann die Nudelsuppe nicht mehr sehen. Ja. Die machen echt geile Suppe hier, aber du kannst ja nicht dreimal am Tag Nudelsuppe essen. Boah. Ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut, was das wirklich kostet. Also, 40.000 sind jetzt nach aktuellem Kurs, wo ich das hier aufnehme. 1,60 Euro. Du kriegst so ein ganzes Spaghetti mit frisch gemachtem Hackbällchen oder wie auch immer, dass man mag. Patties nennen mag. 1,60 Euro. Wahnsinn. Ist halt Straßenfood, ja. Ist halt kein Restaurant. Aber das ist, das ist Local Food. Real Life. Formel 1 ist auch, ne? Boah, Alter. Ich geh jetzt aber nochmal zu den coolen Dudes da am Anfang zurück. Den habe ich ja versprochen, dass ich noch ein Bier drin bin. Ich weiß nicht, ob er es gesehen hat. Will die hier so machen? Ja, Paul glaube ich nicht erklären, ne? Ah? Now? Okay, my friend. Ah, where? Here, outside. I had promised you. Where? Here, outside. Bier. Bier ist gut. Why not? Dann lasse ich mal jetzt hier einen Babu raushängen. 30.000, ey. Jetzt muss ich aber hier mal wieder den meckerten Deutschen raushängen lassen, leider. Aber es ist, denke ich, auch mal eine Information, die ganz nicht uninteressant ist. Erstens, das Bier hat jetzt 30.000 gekostet. Jetzt bringen die mir aber hier die Rechnung. Und da stehen dann 33.000 drauf. Ist jetzt nicht die Welt, aber es geht mir ums Prinzip. Weil die dann jetzt wieder einfach hier die Texte dazu rechnen. Also die tun dir das einfach netto berechnen. Und dann kommen da die Texte drauf. Erstmal das. Und dann kommt die Bedienung. Eigentlich das war zuerst. Sagt weder Hallo noch sonst was. Sondern sagt direkt, can you pay now? Und ich so, was, was will ich jetzt? Ich soll sofort zahlen. Und dann sage ich, das ist aber jetzt nicht so nett von dir. Sag doch erstmal Hallo, wie geht's? Stell mir erstmal das Bier hin, mach mir das erstmal auf. Und dann kannst du mich fragen, ob ich das zahle. Aber nicht sofort die Rechnung in die Fresse schieben. So, boah, kannst du zahlen. Ich weiß, da bin ich vielleicht ein bisschen Korinthen-Kacke. Aber das ist so ein negativer Beigeschmer. Hier laufen auch gerade wieder die ganzen Kinder rum. Das war ja in Kambodscha auch so. Darauf dürft ihr euch auch einstellen. Aber gut, das ist halt in jeden ärmeren Ländern so. Ja, du sitzt hier, trinkst ein Bier. Und die kommen dann und machen dann immer irgendwelche Fächern, kommen die an oder ich hab Hunger oder bla. Und das halt alle paar Minuten. Genau so zur Information. Eine Minute, 37 Sekunden später. 30 Sekunden später. Bin ich länger. Ich trinke jetzt noch mal eins. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. I'm ready to jump for the dance song by DJ TLE. Let's do it. Hey, let it go, let it go, let it go. And here we, here we, here we fucking go, go. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. 1, 2, 1 Oh, 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 oh! Musik Ich habe noch 20,000 Bier, 20,000 Bier, 20,000 Bier, 20,000 Bier. Sie wollen zu viel haben. Die anderen geben ihr ja alle für 20. Sie wollte 50, 60. Oh, hallo. Wie sind Sie? Ja, ich habe es verloren. Sie essen das jetzt? Es ist gut? Ich habe das nie in meiner Leben nie gegessen. Ich habe es wie Seafood. Es ist sehr gut. Ich weiß nicht, wie viel ist das? 1 Million Dollar? 3 Millionen. 2 Millionen? 3 Millionen. 3? Was ist das in Dollar? Was ist das in Dollar? 3 Millionen. 3 Millionen. Ah! Maybe 200 Dollar. 200 Dollar. 200 Dollar. What the fuck? Noo. Bullshit. Never. Ja, das ist 100 Gramm. 100 Gramm? 100 Gramm? Ja. 100 Gramm? Ja. 100 Gramm? Ja. 100 Gramm? 100 Gramm? Ja. Das haben Sie später irgendwie ausrechnen? Ja. Das ist zu viel, ne? Ja. Ich bin von Deutschland. Ciao, ciao. Der hat gedacht, er kriegt jetzt für den Preis den Ganzen. Hab ich jetzt aber auch gedacht. Wie teuer, weg mir Marsch. Ich sitze jetzt gerade hier so in der Bar und ich frage mich, hier geht gar nichts, gell? Ich hab dem jetzt einen Gefallen getan, den Typen da, weil der so nett war. Aber hier geht gar nichts in der Area. Das ist genau in der Mitte. Aber da hinten ist, na gut, da geht es jetzt auch nicht mehr so, es ist zu spät. Und da geht es halt voll ab da hinten. Aber da sind auch Discos, da sind die hübschen Mädels, die tanzen. Ja, deswegen vielleicht, ich weiß nicht. Und es kann vielleicht eventuell an der Musik liegen. Die ist kacke. Also, ich stehe ja auf Techno. Und da hinten läuft Techno. Und da sind die ganzen Leute. Die Europäer, die Amis, die mögen halt Party. Und hier läuft halt so Pop-Schulzen-Zeug. An irgendwas muss das liegen. Warum in solchen Areas manchmal kein Mensch ist. Vielleicht weiß es jemand von euch, der so mal eine Bar besitzt hat oder eine Bar besitzt. Wenn man alleine da baugt, kann man eigene Musik machen. Kein Schwanz hier, aber ich kann meinen Techno-Scheiß hier abspielen. Keiner hier, schade. Aber das ist die Musik, Alter, das ist die Musik. Zwei Stunden später. Ken, Alter, das ist die Musik so... Ich weiß nicht, es ist der Ende des Best-Country in der Welt in forever. Ich stelle mein Herz. Neuer Freiser aus Holland. Was soll ich gegen jetzt für eine geile Mucke? Sehr gut, sehr gut. Oh! Nederlander Musik. We are from Netherlands. Where are you from? Germany. Where? Germany. We are from Denmark. Really? Nein. Denmark! 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 Yo, Frau! I started to talk about things. Very basic. Did you find it now? What's going on, my brother? Where are you from? Huh? Germany. Huh? Hey! Die Musik, ich bin kotzen, gell? Gerade eben kam noch voll geil Techno und es kommt so eine Scheiße, gell? Was ist los? Was ist los? Wir sind alle so oran getichtet. Das ist eine Taktik hier, wir wollen nicht mit ihren Babys da verzücken und dann wollen sie Geld abzocken. Nicht drauf reinfallen. Die Kinder sind ein Tool, ein Werkzeug, um euch zu verarschen. Ich fühle mich jetzt fahren, habe ich nicht gesehen. Noch leicht, noch leicht. Wir haben jetzt ungefähr 2 Uhr nachts oder so. Los. Drei! 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Faktor System, habt Spaß, feiern euer Leben. Untertitelung. BR 2018 Faktor System, habt Spaß, feiern euer Leben. Faktor System, habt Spaß, feiern euer Leben. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 My friends, how are you? Good? 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 Thank you, my friend. Thank you, my friend. Ha ha ha! Ha ha ha! Halt mich dann. Und dann geht es! Und wir haben Glück. Hahaha! So, danke schön! Ja, schön! Das macht die meisten Schuhe, ja? Die wollen die ganze Zeit, ich schwöre, es geht alle ein paar Minuten, wie ich es schon erzählt habe. Und vor allem, es sind immer die gleichen, die waren schon, kein Witz, zehnmal hier. Die haben immer wieder versucht es zu verkaufen. und zumachen! Vielen Dank. Oh, eine schöne Frau. Wie bist du? Was ist dein Name? Mein Name ist Heng. Heng? Ich bin Spanien. Ich bin Spanien. Ich bin Spanien. Ich bin Spanien. Ja. Elia spricht um Bonkito Espanol. Mein Spanisch ist scheiße. Espanol ist muy malo. Ich weiß nicht diese Leute. None of us know them. The camera is like, I could be the best vlogger ever. What? Hey, what's up guys? This is Ona. You can follow me on social media. Onyx. You can follow me on OnlyFans. OnlyFans, what the fuck? Hey, no guys. Follow me on TikTok. I'm kind of famous. Women have anyone. No, she doesn't have to. I'm sorry guys. We are in Vietnam. We don't know anybody. Let's go. Yay. I love this shit man. Hey, you need to follow him. Let's follow him. Salud. 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 Komm schon, komm schon! Komm schon, komm schon! Wir sind immer wieder! Alles gut, mein Freund! Alles gut! Nein, nein, nein! Kaufen wir ihm, passen wir an. Ich lass mir jetzt die Schuhe putzen. So läuft das hier ab. Der macht das mit der Zahnbürste. Der macht das mit der Zahnbürste. Das ist das mit der Zahnbürste. Seid schon besuchen. Ja, sag schon, ich bin gut verhastet. Vietnam? Komplett krank. Absurd sie haben. Es gibt einen Wanten Alter? Alter? Florida? Körper? Ich bin so gut. Ich bin schon von Deutschland! Oh! Ich bin Deutschland. Oh mein Gott! Wow! Are you alone? Ja. Are you alone? Yeah. Do you want to stay? No. I want to meet some people. I don't know. I'll stay here. Do you want to stay or stay? I don't know. I'm filming. I'm in YouTube. I'm in YouTube. He's a YouTuber. Wow. He's a YouTuber. I don't know. I'm in YouTube. Friends in America. Only friends. Hey, you need to follow him. Like, follow him.